Aber mein Akzent für mich ist so eine Chance, ins Gespräch zu kommen. Weil Leute hören meinen Akzent und die fragen mich, wo kommen sie her, was machen sie in Deutschland, wann gehen sie wieder weg? Und dann sage ich, ich bleibe und ich finde so, und so. Einmal hat jemand zu mir gesagt, boah, sie sprechen gut Deutsch. Und ich habe gesagt, Dankeschön. Und der sagte, wie lange leben Sie in Deutschland? Und ich sagte, 25 Jahre. Und der sagte, so gut auch nicht.